Seine Tochter. Die Staffel 1 vor der Staffel 1. Episode 4. Flugmodus. Duisburg? Ja natürlich habe ich ihm über Duisburg erzählt. Alles was ich noch rausbekommen habe und es tat gut. Das war ungeschickt. Interessiert mich ein Scheiß. Wo ist der? Wenn er ihm was antut, dann... Du ekelst mich an Jens. Das alles ekelt mich nur noch an. Verpiss dich endlich aus meinem Leben. Diese Scheiße. Scheiße. Alles gut bei mir? Was ist das? Hey Emilia, was ist los? Lass mich in Ruhe. Ich... Ich kann gerade nicht. Ich komme gleich. Lass mich einfach... Hey, ich versuche dich zu beruhigen Kleines. Ich bin in der Küche, wenn das ist, okay? Ich... Ich... Ich will das einfach nicht mehr. Ich... 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 Ich habe Mama so geliebt. Warum habt ihr ihr das angetan? Was ist das? Ich... Nee... Warum ich? Du hast sie geopfert Sie Sie war egal Ich war egal Was Was willst du Schon wieder von mir Es muss doch irgendwann mal genug sein Genug sein Ich Ich stecke aus Ich stecke aus Du bleibst jetzt bitte sitzen Bleib bitte sitzen Du hast mir überhaupt nichts zu sagen Auch nicht die Wahrheit Das war ja mal spannend Du und Wahrheit? Passt nicht Ja was glaubst du denn Warum ich hergekommen bin? Das ist mir scheißegal Schon ätzend genug Dass du hier bist Willst du mich wieder irgendwo verstecken? Das ist alles Aus dem Ruder gelaufen Alles Das stimmt wohl Aber damit musst du klarkommen Zurück bleiben bitte Ich habe sie geliebt Und ich Oh ich krieg das Kotzen Emilia wir müssen zusammenhalten Ich kann dir nur helfen Wenn du dich wieder tarnen lässt Vergiss es Verdammt nochmal Du hast doch gesehen Was mit deiner Mutter passiert ist Gleich sind wir an der Oranienburger Da werde ich aussteigen Und wenn du mich wieder festhältst Schrei ich den ganzen Laden zusammen Das was ich weiß Habe ich im System Von einer sehr coolen Nachrichtenbude hinterlegt Sollte ich verschwinden Also ich weiß nicht Ob das für dich und deine Typen so cool ist Wir haben die Faktit auf dem Schirm Und wir haben da Leute wie dich auf dem Schirm Wie viele hast du noch Was wie viele Metodrexat Nehme ich schon seit zwei Wochen nicht mehr Das war doch bestimmt auch nur Beschiss Bitte nimm sie unbedingt wieder Dein Immunsystem Emilia das ist gefährlich Hier ich Ich hab dir Ich hab dir noch eine Packung mitgebracht Ich geh dann jetzt Und Und das auch mit Das Das ist Ein Haftbefehl Ja Mama Das Das Bild Ja Zurückbleiben bitte Das was ich dir sagen kann Werde ich dir sagen Jetzt Und das andere Solltest du vergessen Kein guter Deal Der einzige Und Handy auf Flugmodus Sofort Duisburg Magda Brenner Wir haben deine Mutter angeworben Wir? Ja BKA Sie war die Tochter des mutmaßlichen Kopfes Eines Kartells Organisierte Kriminalität Großer Stil Drogen Hilerei Steuerhinterziehung Dokumentenfälschung Insiderhandel Anfang und Mitte der 90er Nahen sie strukturell die Behörden ins Visier Polizei Finanzämter Staatsanwaltschaft Alles Jeder deckte jeden Jeder profitierte von jedem Der Vater von deiner Mama hatte an jeder Schlüsselposition seine Leute Wofür? Sie wollten quasi staatlich abgesichert das Monopol auf ihren Geschäften haben Sie wollten steuern gegen wen, wie ermittelt wird Welche Steuerhinterziehung auffliegt Und welche Staatsanwaltschaft auf welchen Fall angesetzt wird Von Duisburg aus? Warum dieses Kaff? Es stand nicht so im Licht wie Düsseldorf oder Köln War super zu steuern Und hatte vor allem einen großen Hafen Für den reibungslosen Umschlag der Waren Und Mama? Die war bei dem ganzen Scheiß mit am Start? Sie hatte vorher eine Banklehre gemacht Und saß Dann später Auf den Büchern der Gesellschaften Das waren Dutzende Einen der Geschäftsführer hatte sie Den hat sie später geheiratet Bitte, was? Sie war der Sie hat mir später erzählt, dass sie Dass sie das wohl so ergeben hat Dein Großvater wollte gerne, dass der innere Zirkel möglichst eng bleibt Sie hat sich gefügt Heute wohl nicht denkbar Damals Ich halte es nicht aus Bin ich dann Wir hatten über sie ein Profil formuliert und wussten Dass er sich für Kunst interessiert Tja, Menschen mit Fable für Kunst sind ziemlich sensibel Wir haben in Duisburg eine kleine Galerie aufgemacht Und deine Mama Sie befreundete sich, wie gewünscht, mit der Galeristin Jens Mamas Mann Ist er mein Die Galeristin sollte den Faden spinnen zu ihr Jens Deine Mama sollte zweifeln Immer mehr zweifeln An ihrem Gewissen Ich will das jetzt wissen Nein, er ist es nicht Nächste Station Nordbahnhof Das ist alles so krass Deine Mutter kam so in Kontakt mit Künstlern Einige drogenabhängig Denen ging es richtig dreckig Also vermeintlich Alles Typen von euch? Wir haben begabte Maler Auch Fälscher? Alles, ja Also den Leuten Den Leuten von deinem Großvater Stand die Galerie In der sie sich so wohl fühlte So hatte die in acht Monaten direkt drei Steuerprüfungen im Hals Die Galeristin stand also vor dem Ruin Unsere Strategie ging auf Deiner Mutter setzte das alles immer mehr zu Wir versuchten sie labil zu machen Immer mehr Und gaben uns irgendwann zu erkennen Und das alles nur um sie fertig zu machen? So läuft sowas also? Nein Es läuft immer anders als du denkst Also Wollte Mama euch trotzdem nicht helfen? Die Duisburger Polizei fing zeitgleich auch an rumzustochern Die Stammknappe von einem der Kommissare sollte plötzlich Schutzgeld bezahlen Und dieser Vollhorst läuft mit seiner Dienstmarke im Anschlag in die Firma von Brenner rein Stellt sich breitbeinig vor dem Schreibtisch deiner Mutter auf Und macht ohne irgendeinen Beweis einen auf Robin Hood Sie war doch immer so nervös Wie hat sie das ausgehalten? Gar nicht Deswegen mussten wir den Weg verkürzen Und dann die Kripo einbinden Mama sollte ihren eigenen Vater ans Messer liefern? Sie musste eine Entscheidung treffen Sie hatte sich strafbar gemacht War naiv Hatte nie unter die Oberfläche von dem Laden geschaut Drei bis vier Jahre wären das gewesen Dann vorbestraft oder eben Was? War doch Flugmodus Mama? 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 Wo? Was ist denn? Mama? Bitte Bitte stress dich nicht Das wird schon Ich bin Ich bin gleich dran Das kannst du so nicht, Mama Ich Ich denke an dich Ich habe dich Ich habe dich so Wie? Hey Sorry Ich 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 rufe dich gleich zurück Bitte Bitte Du musst Auspacken Sie sollte auspacken Das sollte sie Und ab da wird dann alles neu Sie war nicht so tough Sie hat immer gezittert, wenn sie Stress hatte Und sie hasste Streit Wie hat sie das ertragen? Es war schwierig Sie musste sich langsam an den Gedanken gewöhnen Wir hatten ihr zugesichert, dass sie ihre Aussage da nicht öffentlich machen muss Und dass jemand parallel den Anfangsverdacht erhärtet, um die Hausdurchsuchung in Peter Brenners Firmen auf die Reihe zu kriegen Peter Brenner? Dein Großvater Nächste Station Humboldt Rhein Dann war Mama in echt all so eine Art Patentochter Echt geil Wenn du so willst Ich will das nicht, Jens Ich will das echt nicht Ja, ich weiß Wie lange hat denn der ganze Scheiß gedauert? Wir hatten nach drei Monaten genug für die Hausdurchsuchung Und durch deine Mutter wussten wir, wo exakt wir die relevanten Unterlagen finden konnten Ab dem Tag der Durchsuchung, Lockdown Sie musste verschwinden? Ganz schnell Mit dem Zugriff Und wo habt ihr sie hingebracht? Kreta Zurückbleiben, bitte Da Da bin ich geboren Eben Die Fahrausweise, bitte Hier, bitteschön Danke, junge Frau Das ging aber schnell Hast direkt eine Jahreskarte Er kann, er kann Und Sie, Meister? Ja, doch, Moment Hier Was ist denn das? Jetzt machen Sie hier keine Show Das ist mein verdammter BKA-Ausweis Ich ermittle hier Danke fürs Verschändnis Bitte Hab aber keins Ich ermittle nämlich auch hier Typen wie Sie zum Beispiel 60 Euro bis So, jetzt machen Sie mal keine Show hier Nee, Jens, keine Show, bitte Diese Scheißstadt Können Sie in Hunderte wechseln? Aber gerne doch Bitte Hier 40 Euro zurück Ausweite, bitte Was ist dir schon mal passiert in Dublin In der Straßenbahn, als wir da gewohnt haben? Nur eine Station, hast du gesagt Nur eine Station Und dann standen sie zu zweit vor dir Ticket, please Du lachst wie sie Mama? Ich 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 komm doch Bitte Bitte lach nochmal Ich Ich weiß nicht Ich Ich hab Ich glaub ich Ich Traum Mama Mama Hast du auch geträumt? Mama Mama Was hast du geträumt? Erzähl doch Warte Warte Ich Ich muss Ich muss vor Nach meinen Meinen Fahrschein Danke junge Frau Das ging aber schnell Hast direkt eine Jahreskarte Wer kann, der kann Und Sie Meister? Ja Ja doch Moment Hier Danke Sehen Sie zu Dass Sie die Klange jetzt auf Linie kriegen Schnell Aber verschwinden Sie gefälligst aus Berlin Aber Dalli, Dalli Die Fahrscheine bitte Als BKA-Mann hat man einen Freifahrtschein? Nicht für alles Glaube ich sofort Man Darf zum Beispiel nicht einfach eine Frau vögeln, die man eigentlich schützen soll Ich Seit wann ging das? Irland Ich hab sie wirklich geliebt Emilia Und dich Das kann ich jetzt mitbeten Und das macht es nicht wirklich besser Schon klar Du hast vorhin gesagt, dass du mir das erzählst, was du sagen kannst Und warum der Haftbefehl, wenn ihr sie längst weggeschafft hattet? Das Kartell sollte denken, sie hätte sich abgesetzt und es würde nach ihr europaweit gefahndet Was ist mit mir? Nächste Station Gesundbrunnen Oh Oh Mir geht's echt nicht gut, ey Fritz Fritz Was Was ist Was ist mit Was Ist Mit Mir Du bist meine Tochter Punkt Du musst es mir sagen, Jens Ich hab dich großgezogen Dich beschützt Du hast mich eingesperrt Mich belogen Ich darf es dir nicht sagen Und ich werde es dir nicht sagen Ich hab es deiner Mutter versprochen Ich werde es rausfinden Emilia Sie hat sich mit dir eingelassen Ja Das war Abfuck Sie hat nachgetreten Was redest du jetzt schon wieder für ein Scheiß Wir haben ihre Kronenzeugenussage auf Kreta aufgenommen Niemand konnte damit rechnen Die ganzen Kram nur Abstand gewinnen Nächste Station Ich hab es erst mitbekommen Als wir nach ihrem Tod Ihren Rechner seziert haben Echt fit Ich meine Du checkst jeden Abend meine Jackentaschen Hast aber keine Ahnung was Mama Deine Frau da online veranstaltet hat Ich war nachlässig Du hast versagt Du hast sie auf dem Gewissen Sie ist tot Tot Mama Mama Du bist nicht Mama Du bist nicht tot Oder Mama Ich Ich wollte dich gerade anrufen Mama Ich muss das wissen Warum gehst du nicht ran Warum gehst du nicht ran Es ist Ah der Trend geht zum Zweithandy Sicher ist sicher oder Alles mitgeschnitten Check doch mal die Qualität Sonst können wir nochmal von vorne anfangen Hallo Ich rufe zurück Also Ich soll also wieder was anderes werden Als ich bin Damit keine anderen Fragen gestellt werden Als gewünscht Weil dann ein paar Leute richtig sauer werden Und in andere Suppen spucken Als von euch geplant Irgendwie richtig Sie sind aufgescheucht worden Emilia Wir besorgen dir ein cooles Praktikum Beim Guardian in London Oder wo du willst Aber gefährde jetzt bitte nicht diese Operation Ach Ach darum geht es Ich dachte du wolltest mich Schützen Aber wenn es das gar nicht ist Sondern die Operation Dann Dann werde ich mal spuren Was Gerne Jamaika finde ich cool Vielleicht Vielleicht gibt es hier in Kingston Einen geilen Radiosender Mit ein paar heißen Rasterboys Jens Meine Mom ist tot Vor meinen Augen umgekommen Du hast das zu verantworten Und dann hast du die Eier Hier mit so einer Geheimdienstkacke Und einer windigen Duisburg-Story Angeschissen zu kommen Du verstehst das nicht Und das ist auch gut so Wenn sie dir an den Arsch wollen Weil du das in Wien versemmelt hast Ist das dein Problem Ich bin da raus Ich werde nicht nur rauskriegen Wer Mama das angetan hat Sondern auch Was an diesem Scheiß Kartell dran ist Und Ja Und wo ich meinen verdammten Vater finde Ja Du wirst das schnell herausfinden Was? Wie jetzt? Mit deiner Fekte Nächste Station Wollankstraße Hier war ich noch nie Ich komme zu spät Ich möchte jetzt gleich aussteigen Und zurückfahren Wie arbeiten Sie? Du glaubst doch nicht im Ernst Dass ich dir das beantworte Ich glaube, dass Sie aufpassen müssen Ihre Quellen sind nicht seriös Ihre Methoden auch nicht Aber deine und die von deinem Laden sind es, oder? Wir sind eine Bundesbehörde Umso schlimmer Zurückbleiben, bitte Gerrit Steiner hat vor drei Jahren Auf wundersame Weise Innerhalb von einer Woche 1,5 Millionen Steuern nachgezahlt Sonst wäre es eng geworden Für den Kollegen Woher er das Geld hatte Ermitteln wir ja gerade Wenn du nicht meinen Schreibtisch durchwühlen kannst Machst du halt bei anderen Leuten weiter, oder? Moritz Griese ist ein Hacker Manisch-depressiv War in der Jugend dreimal in der Geschlossenen Minimum jeweils ein halbes Jahr Ist das strafbar? Nein, aber auffällig Steck dir deinen London-Scheiß sonst wohin Deine Mutter wollte, dass du lebst, Emilia Meine Mutter hat selbst super gerne gelebt, Jens Und das hat auch keinen interessiert Was ist eigentlich mit ihrem Vater passiert? Zunächst acht Jahre Und dann haben sie nachgewiesen, dass sie aus dem Knast Noch ein bisschen weiter agiert hat Das gab nochmal fünf extra Hat er sich an Mama rächen wollen? Das wissen wir nicht Kann man ihn nicht fragen? Schwierig Wir... Was? Wir haben... Wir haben ihn nach dem Tod deiner Mutter sofort Im Gewahrsam nehmen lassen Er... Er... Er hat sich nachts in der Zelle aufgehängt Ich hab dir schon viel mehr erzählt, als ich darf Deswegen machen wir den ganzen Fall jetzt wieder neu auf Aber wir müssen extrem vorsichtig sein Wenn du mich hier gefunden hast Dann hätten die mich doch auch schon längst finden müssen Haben sie auch schon Sie lassen dich machen Wieso? Du schaffst ihnen den Zutritt zu fettet Ich glaub dir kein Wort Du spielst mit dem Feuer Sie warten auf ihre Chance Ich auch Nächste Station Wenn ich mich wieder tarno Das... Das weiß man nie Warum sollte ich dann? Weil sie es gewollt hätte Sie hat ihre Tarnung auffliegen lassen Sie hat es nicht mehr ertragen Und ich werde damit nicht wieder anfangen Du bist stärker als sie Vielleicht Und ich will wissen, von wem ich das habe Ist das so wichtig? Ey, die Frage alleine Zurückbleiben, bitte Er hat dich nie erlebt Aber er hat mich geprägt Hat... Hat er sich erkundigt nach mir? Er... Er durfte nicht Ich hätte es trotzdem getan Er hat es auch trotzdem getan Wie? Wir haben telefoniert Ihr? Er kannte die Regeln Ich kannte die Regeln Wir haben das professionell gehandhabt Er hat mich dann später gebeten Dich zu adoptieren Was für ein Falkling? So redest du nicht über deinen Vater Er hat mich bequem wegdelegiert In ein verschissenes Zeugenschutzprogramm Vielleicht hast du recht Womit? Ja, dann habe ich halt keinen Vater Geht auch so Er... Er und ich Also wir haben... Vielleicht lasse ich das einfach mal auf sich beruhen Du Ich kann hier nicht auf dich aufpassen Ich muss morgen Mittag die Stadt verlassen Das ist eine sehr gute Nachricht Ich habe ihm versprochen Dass es dir immer gut gehen wird Dann hätte er sich darum schon mal selber kümmern müssen Er hat es versucht Ich habe es aber nicht gespürt Mach dich einfach irgendwie auf den Weg zu ihm Das sind aber offensichtlich ganz schön viele Schlaglöcher am Start Die kannst du umkurven Nicht, wenn ich mein Tempo fahre Halt die Augen auf ihm hier Du kannst dem allem noch aus dem Weg gehen Ich wäre aber enttäuscht von mir Wir hören Muss nicht sein Wirklich nicht Es ist vorbei, Jens Auch Auch wenn du es gut gemeint hast Es war scheiße Alles richtig scheiße Zurückrücken, bitte Verdammt Code 42YV Delta 6 Operation Hamborn Ja Ja, sie wird kooperieren Bereiten Sie den Brief vor Emilia Emilia Emilia, mach bitte auf Emilia Emilia ist Verrückt, du Scheiße Mach jetzt auf, Emilia Scheiße Scheiße Emilia Hey, hey Hallo Emilia, komm Komm schon, aufwachen Ja Hey Scheiße Mit doch, Exakt Emilia, schau mal Hast du sie nicht alle? Wie viel hast du davon genommen? Ich weiß nicht Mama, Frau Das kannst du nicht machen Los Los, komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Kau 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 Hardy Krüger Junior, Peter Lohmeier, Luise Großmann. In Seine Tochter. Die Staffel 1 vor der Staffel 1. Episode 5 demnächst hier. Seine Tochter zum Sehen auf seine-tochter.de